Dann lasst uns mal wieder ein kleines Interview starten, heute mit Rummelsdorf, der heute zu Gast ist bei uns. Er hat einst mal den Knastplanet gemacht, außerdem betreibt er die Seite Nanothermit mit th.wordpress.com und wer ihm auf YouTube folgen kann, der findet ihn dort unter Rummelsdorf Labs von Laboratories. Wie gesagt, Rummelsdorf mit zwei M und dann einfach Labs, L-A-B-S. Hallo Rummelsdorf. Hallo Josch, danke, dass ich hier sein darf. Gerne, ich freue mich auch. Sag mal, du synchronisierst zurzeit englische Filme, übersetzt sie ins deutsche. Was hast du denn da von alles so gemacht? Ich habe in der Vergangenheit insgesamt bei der Synchronisation von drei Filmen mitgewirkt. Da waren zwei aus dem Bereich von Alex Jones und Geld als Schuld haben wir zuletzt gemacht. Das habe ich immer in einem Team mit mehreren Leuten gemacht. Wir haben uns damals auf dem verschwörung.info-Wiki die Texte übersetzt und ich habe das dann eingesprochen. Ich habe angefangen damals mit Erdichtete Feinde, das war von Jason Bermes, der Film Fabled Enemies. Da ging es um den 11. September und viele Verbindungen, die so im Mainstream-Fernsehen oder in den Mainstream-Nachrichten nicht erwähnt wurden. Das letzte Projekt war Geld als Schuld, das war im Englischen Money as Debt. Das habe ich nicht selber gesprochen, das hat Fuchs gesprochen, aber ich habe das noch ein bisschen schön synchron drübergelegt, ein bisschen synchronisiert. Und dazwischen, das ist wahrscheinlich der bekannteste Film, der mit mir in Verbindung gebracht wird. Das war The Obama Deception auf Deutsch, die Obama-Täuschung haben wir das genannt. Und da ging es so um amerikanische Machtstrukturen hinter dem Präsidenten oder ich sage mal internationale, supranationale Machtstrukturen hinter solchen Marionetten wie dem Präsidenten. Da wird dann auf die Bilderberg-Konferenz eingegangen und sowas. Ich glaube, das war der beliebteste Film, an dem ich mitgearbeitet habe. Das ist auch genau der Film, um den es uns heute geht, nämlich die Obama-Täuschung. Man könnte es auch Obama-Betrug nennen. Ja, Obama war offenbar ein Riesen-Fake auf der ganzen Welt. Erzähl mal, zieh mal vom Leder, was hat dich denn an ihm so gestört? Also erstmal habe ich da keine künstlerische Freiheit in dem Film gehabt. Wir haben das nur übersetzt und übertragen. Der kommt im Original von Alex Jones und viele unserer Zuhörer werden wahrscheinlich seine Position gut kennen. Wir haben den absichtlich die Obama-Täuschung genannt, weil es geht so ein bisschen darum, die Leute zu enttäuschen. Also dass man sagt, das, was ihr in den Medien zu hören bekommt über die Präsidenten und die Demokratie und wie das alles funktioniert, ist eigentlich eine groß angelegte Täuschung oder es hat sich irgendwie so entwickelt. Jedenfalls ist es eigentlich nicht so, wie wir uns das vorstellen würden. Und die Obama-Täuschung zeigt das halt. Und wenn man sich den Film angeguckt hat, ist man nachher so ein bisschen desillusioniert. Und deswegen finde ich, passt die Obama-Täuschung ganz gut. Das Problem kennen wir natürlich alle. Die Präsidenten sind im Endeffekt, also ja speziell, es geht jetzt um den US-Präsidenten, wegen dem Film komme ich jetzt drauf, aber weltweit sind die Strukturen wahrscheinlich sehr ähnlich. Der Präsident selber hat ja ganz wenig zu sagen. Der hat zwar unheimlich viel Macht, aber der kann gar nicht frei entscheiden. Der hat unheimlich viel anderen Gruppierungen zu verdanken, überhaupt, dass er in diese Position kommen konnte. Und deswegen sind die meisten Präsidenten nicht so souverän, wie sich das Volk das wohl gerne wünschen würde und vertreten statt dem Volksinteresse wohl eher die Interessen der reichen Mitglieder aus dem Volk. Und das ist ja das Problem, das wir ankreiden, dass die armen Menschen nichts zu sagen haben und die Reichen mit ihrem Lobbyisten fast die ganze Politik steuern können. Ja, morgen wird ja wieder gewählt. Das heißt, demnächst ist ja jetzt der Wahlkampf. Wahrscheinlich wird dieses Interview erst nach dem Wahlkampf online gestellt sein. Auf jeden Fall wissen wir heute schon eines, dass das nämlich über eine halbe Milliarde Dollar kostet, dieses Spiel. Da gibt es also zwei Kandidaten. Insgesamt gibt es aber zig Parteien. Nur zwei Parteien werden hingegen von der Presse gewürdigt, weil das sehr viel Geld kostet in den Staaten. Hier bekommen die Parteien freie Sendezeit eingeräumt. In den USA muss man das direkt Cash zahlen. Und wer dann das meiste Geld hat, der kann auch am meisten Werbung über die Medien dort für sich machen. Was gibt es denn da noch alles, was schräg läuft? Ja, das Problem ist ja erstmal, du hast vollkommen recht, diese Geschichte mit der Werbung, wer die meiste Werbung machen kann, gewinnt wahrscheinlich. Andererseits müssen wir vielleicht ein bisschen näher auf das US-amerikanische Wahlsystem eingehen. Das ist nämlich alles andere, als wir uns das vorstellen. Normalerweise stellt man sich vor, man gibt bei der Wahl seine Stimme ab für den Präsidenten und die wird dann irgendwie gezählt, so vielleicht über die Staaten verteilt. Wer die meisten Stimmen hat tatsächlich, das ist aber nicht der Fall. Es gibt nämlich in den USA die Wahlmänner, das sogenannte Electoral College und die Wahlen, wo das Volk sich daran beteiligt, die Popular Vote, die sagt im Endeffekt überhaupt nichts aus, wer Präsident wird. Die bestimmt nämlich nur, welche Wahlmänner später bestimmen dürfen, wer der Präsident wird. Das heißt, die Popular Vote ist eigentlich total, ja ich sag mal nicht total, also die Popular Vote bestimmt im Endeffekt das Verhältnis der Wahlmänner. Und die Wahlmänner sagen dann vorher quasi, wo sie sich positionieren, sind aber nachher völlig frei in ihrer Entscheidung. Und zugleich gibt es dort dieses System alles oder nichts. Das heißt, wer die Mehrzahl der Wahlmänner gewinnt, der gewinnt gleich alle Stimmen auf einmal. Genau, das Winner-Takes-All-Prinzip. Das ist interessant. Da müssen wir vielleicht auch noch auf das Gerrymandering eingehen. Das ist eine interessante Technik, wie man solche Wahlergebnisse auch manipulieren kann, indem man die Wahlkreisgrenzen ja nicht beliebig, sondern zu seinem eigenen Vorteil irgendwie zieht. Und quasi aus einer beliebigen, ja nicht beliebigen, aber aus einer vielleicht gleichwertigen, aus einem Unentschieden oder so, kann man dann durch geschickte Legung der Wahlkreise dann einen Vorzug für den einen oder den anderen Kandidaten generieren. Dann fällt auch auf, dass die Republikaner in dem Fall sich sehr merkwürdig verhalten. Die haben zum Beispiel eine Wahlbenachrichtigung an die Bürger geschickt, ganz offiziell für den 7. November, obwohl die Wahl am 6. November ist. Darauf angesprochen waren sie dann also sehr beleidigt, weil man ihnen unterstellt hat, das sei Absicht gewesen. Oder zum Beispiel in Texas, wo der Gouverneur, nein nicht der Gouverneur, der leitende Staatsanwalt dort, damit gedroht hat, dass Wahlbeobachter ins Gefängnis kommen, wenn sie sich mehr als 30 Meter einem Wahlnokal nähern. Also da gibt es also wirklich sehr, sehr verrückte Sachen in den USA, die man sich hier so nicht vorstellen kann. Auch, dass jetzt in letzter Minute für die Wahlcomputer nochmal ein Update aufgespielt wurde. Die Firma, die diese Wahlcomputer herstellt, die gehört zu einem gewissen Anteil auch mit Romney, dem Gegenkandidaten von Obama. Also das wird mit Sicherheit eine sehr, sehr lustige Wahl werden. Aber es gibt ja auch noch andere Gründe, warum diese gesamte US-Politikerriege eher einem Marionettentheater gleicht. Was ist dir denn da so alles von aufgefallen? Das Interessante bei dieser internationalen Politik oder ich sag mal dieses High-Level-Politik, diese weltumspannende Politik, die wird interessanterweise größtenteils von Privatgruppen mitgestaltet. Also es gibt da zum Beispiel vom David Rockefeller, der hat da einige Organisationen gegründet, die mir gerade auch einfallen. Und zwar sind das die Trilaterale Kommission, Trilateral Commission, der Rat für Auswärtige Beziehungen oder Council on Foreign Relations. Und bei der Bilderberg Group hängt er glaube ich auch irgendwie mit drin. Ich weiß nicht, ob er da Gründungsmitglied war oder nicht. Das sind alles private Organisationen, die sich privat treffen und nicht unbedingt Pressemitteilung machen müssen. Beim Bilderberg-Treffen zum Beispiel ist es so, dass dort jedes Jahr, die treffen sich immer so Mai bis Juni um den Dreh, jedes Jahr in einem anderen Ort. Meistens großes 4-5-Sterne-Hotel und dann wird das ganz ausgebucht und so. Da treffen sich dann 125 bis 150 Leute etwa. Und diese Teilnehmer bekleiden alle hohe Posten in der Industrie. Das sind teilweise Mitglieder von Königshäusern und in der Politik. Ich glaube Obama war angeblich da. Hillary Clinton hat auch teilgenommen damals während des Wahlkampfs, als Obama gewählt wurde. Das war vor vier Jahren, glaube ich. In Deutschland haben viele Politiker daran teilgenommen. Mir fallen gerade ein, ich glaube Angela Merkel und Gerhard Schröder haben damals ein Bilderberg-Treffen in Deutschland gehostet, also waren als Gastgeber tätig, glaube ich. Joschka Fischer hat, glaube ich, mal teilgenommen an sowas. Wer fällt mir denn da noch ein? Ganz viele Leute aus der Industrie und Königshäusern, die fallen mir jetzt gerade alle nicht ein. Das ist eigentlich sehr interessant, wer da tatsächlich dran teilnimmt und wer wirklich die Entscheidungsträger sind hier in der internationalen Politik. Das passiert nämlich oft nicht so, wie man sich das vorstellt, dass der Präsident das irgendwie für sich alleine macht mit seinen Hintergrundleuten, sondern das wird oft gestaltet und besprochen auf solchen privaten Konferenzen. Und zugleich führen die ja auch eine Menge merkwürdiger Rituale auf anscheinend. Da gibt es zum Beispiel so eine Studentenvereinigung aus Yale, der ebenfalls alle irgendwie angehören. Was weißt du darüber? Da meinst du bestimmt die Skull & Bones, obwohl es bestimmt in Yale noch mehr Studentenverbindungen gibt. Ich setze mal Studentenverbindungen in Anführungszeichen, denn Skull & Bones ist schon eine ganz besondere Studentenverbindung, wenn ich das mal so sagen darf. Ich glaube, da werden jedes Jahr nur eine begrenzte Anzahl von Neumitgliedern aufgenommen und die existieren seit 1800 noch was. Die haben als Zeichen, haben sie den Schädel mit den gekreuzten Knochen, so ähnlich wie wir das auf Piratenflaggen sehen oder bei den SS-Uniformen. Die haben sehr bekannte Mitglieder, zum Beispiel als vor, lass mich lügen, war das vor zwölf Jahren etwa oder so, als George W. Bush gegen, wie ist er noch, John Kerry war es. Als damals George W. Bush gegen John Kerry angetreten ist bei der Präsidentschaftswahl, da waren beide Präsidentschaftskandidaten Mitglied in dieser Studentenverbindung, Skull & Bones, in dieser geheimen Verbindung. Und die wurden sogar angesprochen im Mainstream-Fernsehen, im amerikanischen Mainstream-Fernsehen. Da gibt es eine Sendung und der Journalist, der die Sendung macht, hat beide Kandidaten eingeladen, also jeweils einzeln in einer Sendung den einen Kandidaten und in einer anderen Sendung den anderen Kandidaten. Und er hat beide angesprochen auf die Skull & Bones Verbindung. Und es ist echt interessant, wie sie reagiert haben. Sie haben es überhaupt nicht geleugnet. Sie haben gesagt, sowas wie, das ist so geheim, da kann ich nicht drüber sprechen. Oder haben gleich abgelenkt und gesagt, nein, aber es geht ja hier um unsere Politik und so. Also das ist sehr interessant, dass wir hier sowas haben wie Auswahl ohne Unterschied. Das Volk kann sich dumm und dämlich wählen. Es gibt viele Kandidaten, aber nur diese beiden haben eigentlich eine Chance. Und egal, wer von diesen beiden Präsident wird, auf jeden Fall hat er Verbindung in diese Geheimgesellschaft, sag ich mal, in diese Skull & Bones Studentenverbindung, wo auch andere hochrangige Persönlichkeiten daraus hervorgegangen sind. Und trotzdem hoffen sicherlich viele Menschen auf dieser Erde, dass nicht dieser wild gewordene Romney die nächsten Wahlen gewinnt, sondern Obama, weil der eben doch etwas handzahmer wirkt, als sein geifernder Mitbewerber. Ja gut, das heißt, dort ist auch alles sehr, sehr eng miteinander verflochten. Die Industrie, auch der militärisch-industrielle Komplex zusammen mit der Autoindustrie zum Beispiel, gibt es ein schönes Beispiel. Es gab mal vor einigen Jahren in den USA einen Anlauf Elektroautos herzustellen. Da haben sie auch ein wunderbares Modell entwickelt, den EV1, Electric Vehicle One. Und das war so beliebt, dass die sogar lange, lange Wartelisten hatten von Kunden, die sich da anmelden mussten, um so ein Fahrzeug zu bekommen. Nicht lange darauf haben auf einmal alle umgedacht und haben alle Elektromobile wieder eingesammelt, die Autoindustrie. Die war noch ziemlich teuer, man konnte sie eben nur leasen. Und dann wurden alle eingesammelt, verschrottet und weggeworfen. Die Frage ist, warum? Denn in Kalifornien, da ist inzwischen so viel Smog, dass ungefähr ein Viertel aller Menschen dort eine Atemwegserkrankung hat. Und dann hat sich herausgestellt, dass das einerseits der Autoindustrie schadet. Denn da hast du einfach keinen Verschleiß. Diese Elektroautos, dann muss man ab und zu mal die Reifen wechseln und die Batterie nachfüllen und vielleicht mal die Bremsbeläge. Das war's schon. Während bei Motorautos, da geht der Ölfilter kaputt, da geht die Zylinderkopfdichtung kaputt, da geht immer irgendwas kaputt, was man reparieren muss. Dann hätte natürlich die Ölindustrie sehr, sehr große Einbußen hinnehmen müssen, denn die verkaufen dann weniger Benzin, wenn die Autos alle elektrisch sind. Das wiederum ärgert die US Army, die nämlich im Auftrag der Ölindustrie ständig neue Länder und Ölquellen erobert und ausräubert. Und das wiederum ärgert dann die Rüstungsindustrie, denn die wollen natürlich, dass viele Waffen verkauft werden, damit die US Army möglichst viel Land und möglichst viel Öl für die Ölindustrie und somit auch für die Autoindustrie an Land ziehen kann. Und so haben sie das Ganze eigentlich extrem tolle und vielsagende Projekt stillschweigend eingestampft, sehr zum Vertrust der US-Bevölkerung. Und derartige Beispiele, die wiederholen sich ständig dort. Das heißt, diese Verflechtung zwischen Wirtschaft, Militär und Politik, die ist einfach extrem dick und filzig. Möglicherweise sogar mehr als bei uns. Hast du denn da vielleicht noch Beispiele, Rommesdorf? Also das ist ein interessanter Punkt, den du da angesprochen hast. Die Geschichte genau war mir nicht bekannt. Ich kenne da Parallelen. Ich glaube, in Deutschland gab es damals Drei-Liter-Autos, die auch sehr beliebt waren und dann interessanterweise irgendwie eingestellt worden sind. Wo wir das alles gerade so ansprechen mit den Hintermännern, dürfen wir, glaube ich, nicht vergessen, dass es ganz oft die Elite-Finanzinteressen sind, die sowas steuern. Dass gar nicht der militärisch-industrielle Komplex selber so souverän ist und das alles steuern kann, was er will, sondern dass da Interessen dahinter stecken. Also ich sage mal, Hochfinanz ist, glaube ich, so ein linkes Schlagwort oder so. Das muss man ja nicht unbedingt benutzen. Aber wenn man sich überlegt, wer hat wirklich das ganze Geld in der Welt und wer hat die Möglichkeiten, dann damit zu agieren und Sachen zu steuern, das ist auf jeden Fall ein interessanter Weg quasi dem Geld folgen. Wo kommt das Geld her? Wer finanziert das alles? Und das wird uns ja überhaupt nicht leicht gemacht, ja, mit den ganzen anonymisierenden Hedge-Fonds und so. Und du weißt überhaupt nicht, wessen Kohle da jetzt tatsächlich verwaltet wird und sich vermehrt. Das ist unheimlich schwierig. Und ein Punkt, den wir da vielleicht auch ansprechen müssen, sind die Zentralbanken. Wir haben ja hier in Europa und in den USA, Darmstadt, seit 1933 oder so, hat da ja die Federal Reserve komplett das Land übernommen. Und die Federal Reserve ist halt eben nicht Federal. Die ist genauso wenig eine Regierungsorganisation wie Federal Express, ja, FedEx. Da steht auch Federal drin und das hat nichts mit dem Federal Government zu tun. Ja, dann genau, dann gehen wir darauf nochmal drauf ein. Eine Privatbank, gegründet von Rockefeller und Rothschild, hat das Geldschöpfungsmonopol in den USA an sich gerissen. Das heißt, die produzieren das Geld, Leidens der US-Regierung, die nimmt es für Zinsen dann an und bringt es in Umlauf, so wie das ja auch hier bei uns ist. Zugleich hat die Federal Reserve die Golddeckung, ja, das war Nixon 72, aufgehoben und produziert im Moment Geld wie Klopapier und verdünnt dadurch die Weltwährungsreserven dermaßen, dass sie einen Weltwirtschafts-Crash riskiert. Was weißt du denn darüber? Die Federal Reserve wurde durch ein Gesetz geschaffen, das haben sie kurz vor Heiligabend, ich glaube, 1913 durch den amerikanischen Kongress gewunken, wenn ich mich nicht irre. Da waren, glaube ich, unheimlich viele Leute schon in den Weihnachtsferien und da gab es eigentlich keine große Opposition. Und in der Obama-Täuschung kommt das ganz gut raus. Da wird der Bruder von Ron Paul, Ron Paul ist ein republikanischer Abgeordneter, der auch Ambitionen hat, für die Präsidentschaftswahl zu kandidieren. Aber da wir ja wissen, dass nur die ersten beiden Kandidaten ins Rampenlicht der Medienöffentlichkeit gelangen, hat er wenig Chancen. Der Bruder von Ron Paul hat in der Obama-Täuschung angedeutet, dass die Federal Reserve 20 Jahre, nachdem sie eingeführt wurde, quasi die US-amerikanische Regierung übernommen hat und sie als Schuldenverwalter, als, wie sagt man, nicht bankrott, sondern... Oder Insolvenzverwaltung. Ja genau, dass die US Federal Reserve, die US-Notenbank, seit 1933 etwa als Konkursverwalter der US-Regierung auftritt. Da die US-Regierung in den 20 Jahren so viele Schulden bei dieser privaten Zentralbank gemacht hat, dass es nicht mehr möglich war, das irgendwie zurückzuzahlen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das so ein sauberes Schema gewesen ist, wie da die Federal Reserve da einfach gedrucktes Geld verleihen kann. Aber das will ich jetzt mal nicht beurteilen. Also interessant ist, seit 1933 hat angeblich die Federal Reserve und das Schatzamt in den USA höhere Befugnisse als der Präsident. Und wenn man sich dann anschaut, wie viele militärische Einsätze seit 1933 von den USA ausgegangen sind, das finde ich schon sehr interessant. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ja, vor allem dieses War on Terror, das scheint ja wirklich eine ziemliche Volksverarfe zu sein. In Wirklichkeit ist es eigentlich eher War with Terror against the World. Da hat der Film einiges aufgezeigt an Lügen auch von Obama. Bush hat ja auch gelogen, dass sich die Balken biegen und lügen lassen. Aber bei Obama sieht das nicht weniger schlecht aus. Der hatte ja unmittelbar nach der Wahl vorgehabt, Guantanamo zu schließen. Der wollte die Jungs heimholen aus Afghanistan. Aus dem Irak. Aus dem Irak, entschuldige. Er wollte in einen offenen Dialog treten mit der muslimischen Welt. Und irgendwie, da gibt es noch jede Menge weitere Lügen. Was fällt Ihnen da noch ein, was er alles stolz und strahlend angekündigt hat und es dann doch nicht eingehalten hat? Also da bin ich nicht so bewandert in der US-amerikanischen Politik, dass sich Obama so sehr verfolgt hätte. Aber die Punkte, die du angesprochen hast, sind auf jeden Fall richtig. Er hat während seiner Wahlkampfreden immer gesagt, sobald ich im Amt bin, holen wir sofort die Truppen heim. Er meinte damals den Irak. Als er dann an der Macht war, hat er das auswärtige Kontingent vergrößert, indem er noch viel mehr Truppen nach Afghanistan geschickt hat und so noch mehr US-Bürger in die Schusslinie manövriert hat. Die Geschichte mit Guantanamo Bay ist auch richtig. Er hat immer gesagt, dass er das zumachen möchte und es ist bis heute nicht zugemacht. Das sind alles so Sachen. Ich meine, Guantanamo Bay ist den meisten Hörern wahrscheinlich ein Begriff. Das ist der Folterknast der USA auf Kuba. Da haben sie so eine kleine Bucht gemietet von den Kubanern und führen dort ihre Renditions aus und bringen da diese illegalen Kombatanten hin, denen sie ja quasi die Genfer Konvention absprechen und sagen, hier, ihr seid keine richtigen Militärs oder keine richtigen Krieger, keine richtigen Kriegsparteien. Ihr seid illegale Kombatanten, was immer das sein soll und für die würden manche Menschenrechte nicht gelten. Das ist ein ganz krasses Vorgehen der USA dort in Kuba mit Guantanamo Bay. Und Obama hat gesagt, er wollte es zumachen, weil er wahrscheinlich die Ungerechtigkeit eingesehen hat, aber nichts ist passiert. Er hat dann ein Gesetz gemacht, wo er gesagt hat, er denkt darüber nach, das zu schließen oder so. Und er arbeitet dann auch immer mit so Zeiträumen, ja, vielleicht in den nächsten zwei, drei Jahren oder so und dann verstreicht das und irgendwann will er wiedergewählt werden. Also ich bin mir überhaupt nicht sicher, wie die Wahl ausgehen wird, wenn die Leute das hier im Internet hören. Dann wissen Sie wahrscheinlich schon Bescheid, dass entweder Obama seine zweite Amtszeit hat oder mit Romney die erste Amtszeit antritt. Interessant ist in dem Zusammenhang noch, wie sich da die großen Geldinstitute verhalten. Ich habe da in einem Artikel vom Wall Street Journal gelesen, dass Obama, als er gewählt wurde vor vier Jahren, im Wahlkampf unheimlich viel Unterstützung von Goldman Sachs erhalten hat. Eine der größten, ich glaube, US-amerikanischen Banken oder internationalen Banken. Und dieses Jahr hat interessanterweise mit Romney ganz viel Geld von eben dieser Institution bekommen. Und Obama nur ganz lächerliche Pfennige. Also das finde ich sehr interessant. Meine Interpretation wäre, wenn Obama wiedergewählt wird, fühlt er sich noch verpflichtet, Goldman Sachs, weil sie ihn damals zum ersten Mal da reingehievt haben quasi oder mitgeholfen haben, dass er gewählt wird. Und wenn Mitt Romney gewinnen würde, wäre er auch dieser Institution, dieser Bank verpflichtet. Denn die hat ja, weiß ich nicht, einige Millionen Wahlkampfspenden an ihn gerichtet und viel von seinem Wahlkampf mitfinanziert. Der würde sich dann natürlich auch verpflichtet fühlen, wie einem guten alten Freund, der einem früher geholfen hat. Da fühlt man sich dann natürlich verpflichtet, dem auch zu helfen. Und das ist natürlich bei solchen mächtigen Organisationen unheimlich gefährlich. Das ist ja das Problem mit Lobbyismus generell. Das haben wir auch in Deutschland. Aber so sieht das halt aus. Wenn eine mächtige Firma oder ein mächtiges Konglomerat irgendwie die Politik beeinflussen will und sie wollen sich einen Präsidenten kaufen, dann ist das in den USA unheimlich einfach, weil da nur zwei Personen eine reelle Chance haben, Präsident zu werden. Und wenn sie einfach beiden Personen Geld spenden und die Wahlkämpfe finanzieren, dann sind sie auf der sicheren Seite und wissen mit hundertprozentiger Sicherheit, der Präsident, der gewählt wird oder auch nicht gewählt wird, der Präsident, der ins Amt kommt, der ist mir später was schuldig, mir als Organisation oder Lobbyismusverein oder Bank oder so. Das ist auf jeden Fall ein Risiko und eine Gefahr im amerikanischen und auch bei uns im internationalen, im deutschen, im Wahlsystem, in vielen nationalen Wahlsystemen. Nun ist es aber doch so, könnte ich mir vorstellen, dass Obama bisher ziemlich hilflos war einerseits. Er war zwar der Buhmann der Welt, alle haben auf ihm rumgehackt, ihn verantwortlich für alles gemacht. Zugleich hatte ich aber doch das Gefühl, dass er alles tut, um wenigstens so ein bisschen dagegen, diese Kriegswut gegenzusteuern. Weniger als Romney, der ja im Grunde am liebsten den Iran von längst weggebombt hätte, zusammen mit Ehud Barak und Netanyahu. Also das heißt, er hatte, glaube ich, versucht, so gering seine Mittel als Präsident auch waren gegenüber den schwerreichen Lobbys, das Ganze ein bisschen ruhig zu halten. Und zugleich war er natürlich sehr abhängig, gerade von den großen Geldhäusern Goldman Sachs und J.P. Morgan Chase und wie sie alle heißen. Denn die haben ja den Wahlkampf damals finanziert in den Sessel gehievt. Dieses Mal haben sich diese Geldinstitute auf die Seite Romneys geschlagen und wenn Obama jetzt gewinnt, dann ist er nicht nur im Wahlverfahren wieder bestätigt worden als Präsident von dem Volk, sondern dann ist er denen auch nichts mehr schuldig, weil die einfach viel, viel weniger an ihn gespendet haben. Irgendwie so, ich weiß nicht, 190 Millionen von insgesamt 620 Millionen oder so, die er bekommen hat. Ich weiß es nicht genau. Also das sind jedenfalls, das sind im Moment so die Bedingungen. Und deswegen könnte es sein, dass er dann vielleicht wirklich ein bisschen mehr Macht hätte und den Frieden ein bisschen mehr wahren könnte. Mir kam er zumindest vernünftiger vor als Bush vor ihm. Denn Bush hat die USA durch diese blödsinnigen Kriege in einen Strudel der Schulden hineingerissen. Über eine Billion, also über 10 Billionen haben die inzwischen rausgehauen dafür, für ihr Menschenumbringprogramm. Und bei Obama, da schien es so, dass er eher so die Stellvertreterkriegstaktik befürwortet. Das heißt, in Libyen, da war es der NTC, der die Drecksarbeit für ihn gemacht hat mit Al-Qaeda zusammen. Dann jetzt in Syrien ist es die FSA, die Freie Syrische Armee, die auch wieder zusammen mit Al-Qaeda und anderen Verrückten dort die Menschen abschlachten. Und das ist natürlich viel, viel billiger, als wenn man da eine professionelle Army oder irgendwelche Security-Dienste hinschicken muss, die das 100- bis 1000-fache am Tag kosten, wie irgendwelche verrückten Fanatisten, die das Ganze freiwillig mehr oder weniger machen. Natürlich ist das eine Riesensauerei, aber so gesehen, denke ich, ist die, sagen wir mal, die Geldelite gar nicht mal so unglücklich über ihn. Denn er hat mit sehr viel weniger Aufwand sehr viel mehr Länder destabilisiert als sein Vorgänger Bush. Also man kann sagen, was man will. Er ist genauso ein Kriegstreiber, aber er macht es ein bisschen geschickter als die Bush-Regierung vor ihm. Vielleicht noch zum Abschluss des Interviews deine Einschätzung. Wie wird sich das denn jetzt entwickeln? Also erstmal ein wichtiger Punkt, den du ansprichst mit den Stellvertreterkriegen. In dem Atemzug kann man vielleicht auch die Farbenrevolution nennen, die in Osteuropa und anderen Ländern, die waren ja wahrscheinlich auch amerikanisch oder international amerikafreundlich gesteuert, die dann da auch viel Umbruch und so erreicht haben. Ich finde, als ich dir so zugehört habe, muss ich immer darüber nachdenken, man muss Obama unterscheiden zwischen, oder bei Obama unterscheiden, inzwischen der öffentlichen Wahrnehmung, die ja durchaus sehr positiv ist. Und er spricht gut und er ist total nett und macht nette Witze und Handsome Guy. Ja, also wirklich ein cooler Typ irgendwie. Teleprompter-Präsi. Ja, das ist wahr. Also da gibt es schöne Geschichten mit seinem Teleprompter. Da kann man auf YouTube mal gucken, wenn sein Teleprompter versagt, wie er rumstottert. Und da muss man, finde ich, unterscheiden von dieser öffentlichen Wahrnehmung, dass tatsächlich, wie er handelt und welche Gesetze er unterschreibt, und dass er wieder diese Abhörmaßnahmen im Inland weitergeführt hat und solche Sachen. Also das ist wirklich wie kognitive Dissonanz. Wir sehen, oder er wirkt total nett und freundlich. Und hintenrum, die Gesetze, die er unterschreibt, sind alles andere als freundlich. Also das, da müssen wir ganz stark unterscheiden. Es gibt da den berüchtigten Logan Act, der Regierungsvertretern bestimmte Kontakte untersagt. Worum geht es denn da genau? Ja, der Logan Act ist interessant zum Beispiel bei solchen Sachen wie der Bilderberg-Konferenz. Der untersagt den Bürgern ohne ausdrückliche Genehmigung der Regierung, politische Verhandlungen mit ausländischen Regierungen und Beamten zu machen. Das ist interessant, weil sich halt bei Bilderberg eben solche Volksvertreter auch aus den USA oder viele aus den USA treffen und eben mit, ich sag mal, mit ausländischen Kontakten da ihre Politik diskutieren. Und die Amerikaner haben da halt einen Riegel vorgeschoben, eigentlich mit dem Logan Act. Ich glaube, bei uns in Deutschland gibt es sowas nicht, ist mir jedenfalls nicht bekannt. Und deswegen wird oft in Bilderberg-Dokumentationen gesagt, hier die Verbrecher und so. Weil das dann, die Amerikaner dürfen das ja sowieso sagen, wegen Redefreiheit und so. Aber es ist tatsächlich so, dass Volksvertreter, die an Bilderberg-Treffen teilnehmen, eigentlich gegen den Logan Act verstoßen und eigentlich verurteilt werden müssen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das jemand mal angeklagt hat oder ob das verfolgt wird oder so. Der wurde wohl noch nie angewandt, aber er ist schon uralt. Der wurde nach George Logan, der hat so im 19. Jahrhundert, so 1753 bis 1821 gelebt. Und der hat ihn eingeführt, dadurch sollte eben vermieden werden, dass geheime Lobbys, irgendwelche geheimen Absprachen tätigen, Kontakte zu anderen Staaten sollen eben nur überordentliche Staatsbesuche erfolgen und nicht heimlich unter der Hand. Aber genau das scheint die Regel zu sein. Ist denn bei uns hier in Deutschland sowas in der Art auch zu bemerken? Also wenn ich es mir recht überlege, ja, da gibt es doch zum Beispiel das Steinbrück-Phänomen, der für seine Vorträge bis zu 14.000 Euro von der Industrie bekommt und dafür dann aber auch deren Interessen wieder gesetzlich durchpeitscht. Ja, das Problem haben wir wahrscheinlich immer. Das ist ja das generelle Problem mit dem Lobbyismus. Das gibt es ja zu vielen Abgeordneten, wie viel tausend Euro die jeweils bekommen, wenn sie irgendwo in der Industrie so einen einstündigen Vortrag halten. Nochmal zum Logan Act. Das ist ja eigentlich, wenn man das so liest, das ist ja eigentlich ein genaues Anti-Bilderberg-Gesetz. Da hat sich der Gesetzgeber damals schon Gedanken gemacht, dass sowas die Demokratie gefährdet oder das System, was sie da führen. Und es interessiert irgendwie keinen. Also Bilderberg gibt es, glaube ich, seit 1954 oder so. Und da haben immer schon amerikanische Volksvertreter dann teilgenommen. Anscheinend interessiert dieses Gesetz niemanden. Also ich habe hier mal ein paar interessante Informationen rausgesucht. 2010 hat bei uns hier in Deutschland zum Beispiel ein vertrauliches Gespräch mit Jürgen Rüttgers von der CDU 6.000 Euro gekostet. Wollte man sich mit Stanislav Tillich, ebenfalls CDU und einziger CDU-Vorsitzender Ministerpräsident von Sachsen, mal unterhalten, Dann hat das 3.900 Euro gekostet. Der Preis von Westerwelle ist offenbar vertraulich, aber 2010 hat seine Partei eine Spende in 1,1 Millionen Euro enthalten. Und zwar ausgerechnet von August von Fink. Das ist der Miteigentümer der Mövenpick-Gruppe. Und das wissen wir, was dann da rauskam, nämlich dass dann die Hoteliers steuerbefreit wurden. Also kann man sagen, das sind auf jeden Fall, sagen wir mal, Vorgänge, die da ganz gut mit dazu passen würden. Gut, dann denke ich, an dieser Stelle machen wir jetzt mal langsam Schluss. Und lass uns gut sein. Wir haben ja alles angesprochen, soweit es ging. Ich hoffe, wir hören uns mal wieder. Dann erstmal vielen Dank, Rummelsdorf, dass du da warst. Ja, gerne. Das war meine Freude. Vielen Dank, Josch.